Servus und herzlich willkommen zur Gaudi Knockalt Tour auf den Bärenkopf. Den Gipfel sieht man gerade schon hinter mir. Wir sind jetzt gerade aufgestiegen. Wie lange haben wir gebraucht? Ja, etwa drei Stunden ungefähr das, was auch unten dran stand. Wetter ist leider nicht ganz so schön heute. Hat auch ein bisschen angefangen zu regnen, aber zumindest können wir den Achensee sehen. Ist ja auch schon mal was. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.